Herzlich willkommen zur Playstyle Academy. Mein Name ist Martin Jescher und ich führe Sie durch das heutige Video. In diesem Video geht es darum, wie Sie die hybride Kalender-Integration mit Microsoft 365 und WebEx in Ihrem Büroalltag verwenden können. Ein wichtiger Vorteil der hybriden Kalender-Integration ist es, dass Sie direkt aus Outlook heraus ein WebEx-Meeting ansetzen können. Hier zum Beispiel in der Web-Version von Outlook klicken Sie auf Neues Event, vergeben einen Titel, Sie können Teilnehmer hinzufügen und auch eine Beschreibung hinzufügen. Wichtig ist, dass Sie Teams-Meeting abwählen, sollte es bei Ihnen vorausgewählt sein. Sie können das aber auch über den Administrator grundsätzlich deaktivieren lassen. Jetzt geben Sie hier in den Raum Add WebEx ein. In diesem Fall würden jetzt die Einwahldaten zu Ihrem persönlichen Meetingraum bei WebEx innerhalb dieses Termins mitgeschickt. Sie können statt Add WebEx auch Add Meet eingeben, Add Meet, aber immer nur eins von beidem. In diesem Fall würde ein eigener Meetingraum für dieses konkrete Meeting erstellt. Es würde also nicht Ihr persönlicher Meetingraum verwendet. Wenn wir diesen Termin jetzt absenden, sehen Sie nach kurzer Zeit, dass dieser Termin aktualisiert wird und dass Meeting-Einwahldaten zu diesem Termin hinzugefügt werden. Wenn wir diesen Termin jetzt editieren, kann man das hier direkt sehen. Hier gibt es Meeting-Einwahldaten mit Ihrem Meeting-Link, mit Ihrem persönlichen Meetingraum und der Möglichkeit, sich auch per Telefon einzuwählen. Wechseln wir jetzt in den WebEx-Client, sehen wir hier, dieser Termin wurde direkt auch im WebEx-Client in Ihrem Kalender angelegt. Sollte der Termin jetzt stattfinden, würde er auch in Ihrer Nachrichtenliste im oberen Bereich aufploppen und Sie können mit einem Button direkt dem Meeting beitreten. Das heißt, Ihre Termine zwischen WebEx und Outlook sind jetzt synchronisiert. In diesem Kalender würden auch Termine auftauchen, die keine WebEx-Einwahldaten beinhalten, zum Beispiel Vor-Ort-Termine. Auch die sehen Sie direkt in WebEx übersichtlich dargestellt. Eine weitere Funktion ist die Synchronisation des Out-of-Office-Status. Wenn Sie in Outlook Ihren Out-of-Office-Status setzen, also automatische Antworten konfigurieren, das geht hier in den Einstellungen unter E-Mail, Automatic Replies, dann können Sie auch einen Zeitraum angeben, zum Beispiel vom 30.11. um 10.00 Uhr bis 2.12. 10.00 Uhr und dann können Sie hier auch eine automatische Antwort angeben und wenn ich das jetzt speichere, dann wird wenige Minuten später diese Information auch bei WebEx angezeigt. Es kann sich um wenige Minuten verzögern, es ist nicht ganz Echtzeit, aber das ist auch nicht so schlimm, weil in der Regel setzen Sie Ihren Status ja auch im Voraus ein Stück weit für den nächsten Tag dann. In WebEx sehen Sie dies jetzt an dem Flugzeugsymbol. Das können auch alle Ihre Kollegen sehen. Und Sie sehen hier, die Verfügbarkeit ist abwesend bis samstags 10.00 Uhr. Das heißt, jeder Kollege weiß, Sie sind bis samstags 10.00 Uhr derzeit nicht anwesend, vermutlich im Urlaub, nicht im Büro, krank, wie auch immer. Das ist eine sehr praktische Funktion, die Ihnen die hybride Kalender-Integration ermöglicht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß mit Ihrem WebEx-Produkt. Vielen Dank.